ja kann keiner will hallo sagen hallo von minecraft ja und es geht geht wieder voller action hier weiter direkt mein skelett hier tot eiskalt für eine ratte mini höhle das ist eine fledermaus auf höhlen habe ich keine lust mehr ein zombie ich flute mal direkt die höhle die sonne auf jetzt sterben sie eh gleich alle und vom fall getroffen wir machen hier voll auf helden zum schluss wenn wir alle von einem creeper auf einmal gerissen hinten sind pferde eine ganze herde und bringt uns ohne sachen so nix hier ist ein huhn das ist eine spinne stirbhuhn 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 ach stirbhuhn ach so habe ich überhaupt nicht so verstanden das klingt völlig anders aber dann kommt es bühne wissen wir ja sind böse ja oder gefällt euch das hier ich weiß es nicht und ich mag dieses flache land irgendwie auch nicht so wirklich ja genau wollte ich auch gerade fragen da lang oder sind wir von da gekommen ne da geht sie wir hier lang auch wieder in der höhle ne nur sand diese so macht man das so trifft man das wasser hier die insel die ist doch perfekt da können unser haus trocken ja hier so mehr für mehr reicht das jetzt nicht das ist unser zu hause auf wiedersehen nein nicht abschalten wenn überhaupt noch wer zuschaut ja mal gucken ne ja ich hab übrigens ganz professionell den timer angestellt echt weißt du nicht geht das nur ach da tauchst du so richtig plötzlich wo ist sie hin bist du wieder unter wasser so manchmal geh ich einfach baden oh da kommen so bäume irgendwie oh bäume lass mal hin wo sind bäume oh da dschungel oh dschungel ich kann so eigentlich gar nicht reden ok ist gar nicht dschungel das äh ja ist das tannenwald bitte na klar was du ist kein dschungel hihihi plopp 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 ja ist ja gut ist ja gut ich weiß auch gar nicht warum ich es gesagt habe ja hier ist es doch wohl sehr schön ich finde es auch nicht so schön hier irgendwie habe ich bock irgendwie so auf einen ganz hohen berg zu bauen wo wir ja nicht hoch kommen plopp okay es ist ja wieder wild hier dürfen wir Ich werf die Blumen weg. Vorsicht, hier ist so ein Loch, ne, nicht hier reinfallen. Ui. Hier ist noch ein Loch. Ah, jetzt ändern sich wieder die Bäume. Obwohl hier nicht. Wo seid ihr? Hinter dir. Ja, okay. Ich hab mich umgedreht und euch nicht gesehen. Da dachte ich, wo sind sie wieder hin? Bühner! Super, hoher! Hallo? Huhn? Ich hoffe, dass Huhn ist. Stirbt erst nach ein paar Sekunden. Wartet erst mal, bis es stirbt. Steffi. Okay. Los, Keksi. Ich komme. Keksi, euch. Alles gut. Da hinten sind Berge. Da rechts. Aber dahin? Können wir mal da gucken. Natürlich falle ich wieder. Für Schafe. Schaf. Schaf. Mäh. Kannst dich aufnehmen. Was werbe ich denn jetzt weg? Ich werfe meine ganzen gesammelten Blumen einfach weg. Ja, ich weiß. Gut noch. Vorsicht, da ist wieder ein Loch. Oh. Ich weiß nicht mehr, wo Steffi ist. Die ist irgendwo rechts gegangen, eben. Hier bin ich. Ich bin hier. Ich sehe euch, also. Ja, ich sehe dich auch. Da bei dem Schaf. Ich bin da fertig. Die Nachhut. Willst du jetzt runterspringen? Ach so. Äh. Können wir machen. Lieber, was bringt uns das? Was bringt uns das? Ja, so machen es Profis. Toll, jetzt bin ich hier unten und wieder oben. Ja. Siehst du da drüben? Diese Kante da. Also gegenüber vom... Ja, da gehen wir mal hin. Weißt du, was ich meine? Nö, aber ich werde jetzt nicht, wo du hinloch bist. Hier. Ach so, jetzt bist du weg. Oh, Häschen. Oh. Oh. Häschen, Baby. Häschen. Jetzt verpasse ich die Häschen, verdammt. Häschen. Da bin ich Idiote auch runtergesprungen. Oh, Baby. Oh, ich bin da. Guck mich mal an. Mein Foto. Das ist ein Lüge. Oh. Oh, ich muss mich angucken. Oh. Guck mal. Oh, der Süß. Voll die Mädchen hier. Oh, der Süß. Mein Babyhahn. Der ist wirklich voll süß. Wie wollen wir den mitnehmen? Wie wollen wir den nennen? Ja. Ja. Muss ich euch nur finden. Oh, der links oder rechts gegangen. Von da, wo ich runtergefallen bin. Wir sind dem Hasen gefolgt. Keine Ahnung. Sehr gut. Wo lief denn der Hasen lang? Ich guck mal, ob ich dich irgendwo sehe. Ich seh ein... Hier... Ähm... Das wäre gerade runtergefallen. Oh. Jetzt ist es tatsächlich kurz runtergefallen. Oh. No. Oh. Oh. Kutsiku. Oh. Oh. Es guckt mich an. Kann man das nicht irgendwie mitnehmen? Ladies and gentlemen. Mit Karotten, glaube ich. Kann man die irgendwie... Also zumindest züchten. Dann einsperren halt. Wie mit allen anderen Tünen auch. Wir müssen unser Haus hier oben bauen, damit wir das Kaninchen behalten können. Finde ich gut. Finde ich gut. Und der eine hat es gehört und dann rennt es mir weg. Aber echt. Als ob der Teufel hinter mir wäre. Oh, das tut mir leid. Ich fängt da voll fest irgendwie. Jetzt ist es im Baum. Jetzt seh ich schon wieder Steffi nicht. Ich bin hier. Ich sehe sie bei dem anderen Babykornchen. Steffi ist voller Ninja. Irgendwie immer... Oh. Wird Zombies. Wer kämpft denn hier gegen Zombies? Niemand. Ja, aber ich höre... ...eins verreckt... ...eins Zombie verrecken. Bestimmt hier unten in der Höhle. Ja, der brennt da. Ah, hat sich wahrscheinlich rausgetraut, ne? Idiot. Da ist auch irgendwo einer drin. Ja, okay, dann lassen wir sie mal ja drin, ne? Jupp. Hat euch jetzt irgendwas hier gefallen, wo wir sagen könnten, da können wir uns am Haus bauen? Mir ist das total egal. Ich bin der unverfassendste Mensch der Erde. Ja, aber dann laufen wir mal weiter. Ja, das wird natürlich auch die spannendsten Folgen freuen, ne? Natürlich. Wenn wir fünf Folgen lang nur nach... Läuft er mir noch hinterher? Nach unserer Unterkunft suchen, das ist Spannung pur. Am Ende sind wir irgendwie so im Kreis gelaufen, kommen wieder bei unserem Haus raus. Dann lache ich nicht tot. Wer ist tot? Dann lache ich nicht tot, wenn ich weiß. Ach so. Erst mal Schafe töten. Warum denn nicht? Ja. Der Fynn ist noch dabei. Klar. Geht die Sonne wieder unter. Okay, ich weiß gerade nicht mehr, wo. Einfällig, okay. Ich hab schon wieder so Hunger, ne? Noch ein bisschen... Hm. Ja, der wunderschöne Sonnenuntergang. Ja. Bei wie vielen... Jetzt sind wir jetzt? Bei wie vielen Minuten? Zwölf. Zwölf. Ich hab' ich ja noch. Was ist mit dem Berg, den wir da links so sehen? Bei dem Sonnenuntergang aus links. Seht ihr den? Wo ist überhaupt Steffi? Keine Ahnung. Steffi? Ja. Ich bin hier auf nem Baum. Hinter uns? Siehst du sie? Ne. Wie macht man dieses Weitgucken? Wie bitte? Dieses Weitgucken? Weißt du, was ich da war? Weitzug. Ne, das war ne Mod, glaub ich. Achso. Die Gronkh damals hatte, das... Hm. Man kann's ranzoomen, ne? Ja. Ne, das geht nicht. Aber meinen Optionen nachgucken, ob ich mal das geht nicht. Äh, Schleichen vorwärts. Äh, Schnellzugriff. Ne. Es gibt Kameraverhalten wechseln, aber ich glaub, das ist was anderes. Hast du extra ne Fackel für sie aufgestellt? Ja, folgende Fackel, Steffi. Wir müssen höher bauen. Ja, wollte ich ja nicht machen. Achso, warte, dann geh ich runter, dann bau. Ja. Da hinten brennt was, siehst du das? Da ganz hinten. Brennt denn da? Brennt den ganzen Wald weg. Läuft nicht bei denen. Ich bin so blöd, auf den Stein zu kommen, so. Weil diese Nachbarn, ne? Die nachts Lagerfeuer machen. So, ich grill jetzt hier oben. Äh, pst. Hm. Soll ich jetzt nicht hier runterfallen, sonst bin ich tot? Steffi, wir vermissen dich. Oh. Ich hab keine Ahnung, wo du sein solltest. Ich bin hier unten. Ich seh dich. Ich seh dich. Wenn du ein bisschen weiter geradeaus läufst, musst du uns eigentlich auch sehen. Hallo. Du siehst sie. Ach, da. Ja, ich koche hier oben ein bisschen. Und da hinten brennt der Wald ab. Da ist bestimmt irgendwo Lava oder so. Ja, wahrscheinlich. Steffi, siehst du da hinten den kleinen Berg da? Ja. Ja, da wollen wir nachher hin. Wenn die Nacht vorbei ist vielleicht, weil so sind wir leichte Beute, glaube ich, im Wald. Entschuldigung. Entschuldigung. Oder? Was meint ihr? Ups. Hier ist das Ohr. Du gehst jetzt rüber zum Berg? Ich erfüllte jetzt das Ohr. Achso, Entschuldigung. Was verstehe ich denn hier heute? Die ganze Zeit verstehe ich... Ich wollte schon fragen, was ist denn nur was mit dir? Red ich so undeutlich? Nee, ich... Keine Ahnung. Liegt bestimmt an mir. Wartet ihr noch? Ich mach das Fleisch noch zu Ende. Ja. Gut. Auf und weise warten wir noch heute. Ja, danke. Ui. Was machst du da gerade für Fleisch? Alles mögliche? Äh, Hammel. Ja. Nee, wie heißt das? Nicht Hammel. Vom Schaf, das Zeug. Schaf. Nennst du auch immer Schaf. Schaf. Ui. Nein, der Ofen ist runtergefallen. Bin nicht doof. Hast du den Ofen abgebaut? Ja, der ist runtergefallen. Genauso wie die Werkbank. Oh, hä? Ich hab die Werkbank abgebaut. Ich spawnte die Werkbank da wieder. Wo ich sie abgebaut hab. Äh, äh. Wupp. Wird ab alles. Äh, wo warst du denn jetzt? Sonst hier irgendwo am Baum. Ja, genau. Da unten, da unten. Was hast du getötet? Ich hab gar nicht getötet. Achso. Wo war denn jetzt der Berg, wo wir hinwollten? Verdammt. Ich seh ihn nicht mehr. Oh, Schwarzpulver. Das kann ich aufnehmen. Okay. Ach, da war der Berg. Hier lang. Was ist auf? Wo seid ihr jetzt hin? Denn hier. Oh, Steff, ich dachte, ihr läuft mir hinterher. Nee, du meintest du, äh, hier lang und weg warst du? Hier, hier, hier. Ja, ich seh dich. Ah, ihr seht mich alle gut. Ihr hättet gesehen, wo ich lang laufe. Nee, ich stand leider mit dem Rücken zu dir. Ich hab dich nur so um so einen Baum brennen sehen und weg warst. Lass mal die Bäume hier retten, indem wir die Lava weg machen. Ich seh doch nicht, dass die Bäume stehen. Ah, Spinne. Ich hatte kein Schwert raus. Oh, Schweine. Schweine. Erstmal Schweine zuhren. Also ich kann mir jetzt zwei Bögen, glaub ich, schon bauen. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Ein Eisenschwert, oder? Ich hab noch eins. Ein Steinschwert, aber. Ja, ist egal. Ich hätte auch noch. Ja, da unten. Da unten? Ja. Da in der Lücke. Oder soll ich den Berg wieder verloren? Ich glaub, der war in die Richtung. Ja, da ist er. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich glaub, der ist in dieser Richtung. Lauf weg. Hier, lass doch. Ah, manchmal bin ich einfach so doof und lauf los. Oh, Creeper. Da hinten ist ein Creeper hinterm Baum gewesen. Ich hab nur kurz sein Gesicht gesehen. Oder? Den nicht mehr. Egal. Hoch auf den Berg. Hier, hinter euch. Jeffy, klopft dich nochmal auf den Schritt. Ein Schaf. Braucht irgendwer jetzt essen? Ist gut. Ah, bin ich doof. Kann man jetzt schon nicht hier hoch. Wie soll man denn da später mal hochkommen? Machst du... Da sind Blätter über dir. Ach so. Ach so. Intelligent. Machst du perfekt. So. Wollen wir hier oben unser Haus bauen? Dachte ich mir. Ich hab da hinten schon mal einen Creeper gesehen. Ja, da hinten sind doch schon zwei Zombies. Unsere Nachbarn. Zombies sind mir egal. Creeper sind schlimm. Oder die Vormieter. Hallo. 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 Weiß nicht, ich steh... Ich dachte, wir machen die Taktik. Wir bleiben einfach stehen und warten ein bisschen hochklettern, aber... Oh, nö. Immer mitten rein. Da ist noch einer. Ja, der ist zu doof, um mich zu sehen. Das ist eine Krähe. Ah, ne, das ist ein schwarzes Kaninchen. Guck mal, da auf den Baum. Auf den Baum. Auf den Baum. Äh, äh, ich bin hier ganz unten, verdammt. Ähm. Guck mal auf den Baum. Welchen? Ja, ich dachte, ihr seid über mir. Äh, hier. Und jetzt... Da unten. Da unten. Oh nein. Ah. Also hier jetzt bauen oder nicht bauen? Ich wiederhole. Ja. Oder wollen wir da hinten auf der Wiese bauen? Nein, wir bleiben jetzt hier. Wir bleiben jetzt hier, gut. Ja. Denn auf der Wiese können wir später vielleicht unser... Feld machen. So ein, äh, ein Hektar Feld. Okay. Macht euch am besten jetzt mal eine Axt, damit wir die Bäume hier wegmachen können. Wo? Ich baue mal Betten oder so. Lass mich da eigentlich die Nutzung haben. Nein, mir fehlt für eins gut eine Wolle. Soll ich dir eins geben? Was? Ähm. Wenn du hast, du drei Wolle? Ich hab sogar neun. Mach hier, mach für uns alle Betten. Ja, ich bin... Es fehlt dir ja nur noch für eins. Jetzt hast du die Wolle. Jetzt werden wir noch nicht. Machen wir erstmal die Bäume weg. Achso, hier ist gar kein Holz mehr dran. Gut zu wissen. Oh, wie weit ist denn jetzt die Aufnahme eigentlich mittlerweile? Oh, 21 Minuten. Wir sind kaputt. Ja, dann, ähm... Wir gucken immer auf den Timer. Ja. Guckt euch mal an hier. Bleibt an mir. Wobei. Ja, und... Ich sag auch, wir sind perfekt. Ne? Endlich. Wo wir unser Haus hier bauen. Oder? Denk ich mal. Ja. Das macht's genau. Tschüss. Tschüss. Ja, ich sag es trifft's. Ich sag auch schütz. Okay.